Wir sehen hier, wie Sie das ja auch schon kennen, mit der Endfolie des letzten Videos. Was haben wir gemacht? Wir haben erstmal den Gesamtwert dieser Artikel ermittelt. Wir haben das also multipliziert und haben eine Rangfolge festgelegt. Aber diese Rangfolge ist noch nicht sortiert. Und das machen wir jetzt in einem nächsten Schritt. Sie sehen ja hier, das ist Rangplatz 1. Der kommt ja irgendwo in der Mitte dieser Liste. Es macht doch jetzt erstmal Sinn, diese ganze Liste auch wirklich so zu strukturieren, wie sie ist. Und deswegen springt jetzt dieser Rangplatz 1, die Artikelnummer 70, hier auch auf die erste Stelle. Und die Nummer 10, das waren die 50.000 Stück mal einen Cent, die sind eben auf Rangplatz 10, weil sie den geringsten Gesamtwert haben. Jetzt haben wir also diese Liste erstmal in der richtigen Reihenfolge. Was wir jetzt machen, wir suchen uns den Anteil prozentual am Gesamtverbrauchswert. Und diesen Gesamtverbrauchswert sehen Sie ja hier. Das ist die Summe all dieser Verbrauchswerte. Und da sind wir genau bei 100.000 Euro. Das ist natürlich ein schöner Wert. Das wird nicht immer in den Aufgaben ganz so schön sein. Also das heißt, prozentual müssen Sie das vielleicht ein bisschen aufwendiger rechnen, als wir das jetzt machen müssen. Ich blende einfach mal die Prozentwerte ein. Und wir sehen, hier oben haben wir 50% am Gesamtwert, denn das sind 50.000 Euro. An diesen 100.000 Euro, das sind 50%. Die 20.000 haben dann also einen Wert von 20% an den 100.000 und so geht es weiter. Und Sie sehen, dass die Prozentwerte natürlich fallen. Das ist doch auch logisch, denn wir haben doch jetzt hier eine Rangfolge gemacht nach dem Wert. Oben steht die Produktgruppe mit dem höchsten Wert und unten die mit dem geringsten. Deswegen müssen ja auch die Prozentwerte fallen. Das ist ja eine logische Konsequenz daraus. Und jetzt gehen wir in die nächste Spalte und jetzt werden diese Anteile kumuliert. Was bedeutet das Kumulieren? Ist einfach, dass wir sie aufaddieren, dass wir sie zusammenrechnen. Und schauen Sie, hier der Rangplatz 1, der hat ja nichts zum Aufrechnen. Er ist das erste Produkt, die erste Produktgruppe mit 50%. Deswegen stehen hier nur die 50%. Das ändert sich aber gleich in der zweiten Zeile. Ich blende mal alles ein. Während wir auf Platz 1 ja nichts zum Zusammenrechnen haben mit dem vorherigen Produkt, sind wir hier bei 50. Und dann geht das so weiter. Plus die 20% dieses Rangplatzes 2, der Artikelnummer 100, dann sind wir hier kumuliert bei 70. Nämlich Rangplatz 1 plus Rangplatz 2. Und so geht das weiter. In dem nächsten Schritt kommen die 70% plus die 15% der Artikelnummer 80. Sind wir bei 85% und genau so machen wir das auf jeder Stufe weiter und kommen dann unten bei diesen 100% an. Und jetzt ist die Frage, was ist ein A, was ist ein B und was ist ein C gut? Und ich habe das für die A-Güter mal eingeblendet. Hier, diese ersten drei sind A-Güter. Und das erkennt man einmal daran, an den Prozentwerten kumuliert. Denn man sagt bei den A-Gütern bis ungefähr 80% sind das A-Güter. Jetzt sind wir hier bei 85% und das zeigt schon, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, sondern man muss sich eben auch die Prozentwerte anschauen. Schauen Sie mal, das erste Produkt hier hat 50%, dann 20%. Das ist beides noch in diesem zweistelligen Bereich. Und dann kommt das dritte Produkt, also die Artikelnummer 18 mit 15%. Das ist alles sehr ähnlich. Beides zweistellig. Also das fühlt sich doch schon oder sieht doch schon nach einer ähnlichen Produktgruppe aus. Und dann kommt dieser Cut, kommt wirklich dieser Sprung von 15% Steigerung. Springen wir auf diese 5%. Das ist ein signifikanter Sprung. Und auch daran erkennt man, das ist jetzt ein Wechsel in dieser Einstufung, in dieser Gruppierung. Und deswegen sind wir hier bei den B-Gütern. Da sagt man, die liegen ungefähr zwischen 80% oder jetzt hier in diesem Fall 85% und 95%. Ganz passt es nicht. Wir sind hier bei den 96,5%. Die B-Güter sind hier in diesem Fall ein bisschen schwerer. Da sind wir bei 5%, 4%. Das ist sehr ähnlich. Und 2,5% ist auch noch nah an diesen 4%. Aber dann haben wir auch wieder diesen Sprung von 2,5 auf 1,25. Das halbiert sich jetzt dieser Prozentwert. Ist also nochmal signifikant anders als zuvor. Und daran erkennt man, und auch weil wir diese 95% jetzt überschritten haben, dass wir jetzt in der C-Kategorie sind. Und das schreibe ich gerne nochmal hin. Die A-Güter liegen irgendwo bei 80% kumuliert. Ungefähr. Hier in diesem Fall sind es 85%. Also, wie gesagt, das ist nicht total fixiert. Das ist eine Richtlinie. Deshalb müssen Sie da wirklich offen bleiben. Die B-Güter ungefähr zwischen 80% und 95%. Hier bei uns liegen sie zwischen 90%, also zwischen 85% und 95%. Also das weicht auch wieder von dieser Richtlinie ab, die Sie wahrscheinlich in Ihrer Literatur finden. Ich habe Ihnen erklärt, dass man vor allem auch auf die Sprünge schauen muss der Prozentanteile. Und die C-Güter, die liegen, das ist meist schon recht passend, zwischen 95% und 100%. Bei uns sind Sie hier bei den 96,5% geht es dann los mit den C-Gütern.